Willkommen zurück, Leute. Im ersten Level von Welt 4. Mit Koko sind wir hier im Einsatz. Wir brauchen hier nicht den durchsichtigen Edelstein, das würde ewig dauern. Scheiße, schlecht geht da in die Kugel. So, hier konzentrieren wir uns nur auf den Kristall. Und natürlich auf die Gegenwehr der Gegner. Scheißdreck, ey. Dreckskanonenkugel, ey. Ah, das Gefail ist gerade groß. Egal, jetzt reicht es. Zumindest verloren. Sorry für die Fails zu Beginn. War schon mal schwach. So, jetzt ziehen wir durch. So geht es, wenn die Konzentration vorhanden ist. Wow. Okay, das war jetzt überraschend. Hat mich fast erwischt. Achtung, Achtung. Der Kristall ist irgendwo. Der hängt da, glaub ich. Ah, jetzt kommt noch so ein Typ dazu. Und auch noch so ein weißer Hai. Hier ist die Checkbox, die ist schon mal wichtig. Falls wir doch wieder fehlen sollten. Und, ja. Nee, der Kristall ist erst weiter hinten. Und hier sind weißer Hai. Wow, hier sind die nervigen Schiff-Fahrer. Dann, ja. Dann ist hier der Edelstein. Schauen wir mal dahin. Oh, da muss er doch weiter hinten sein. Checkbox, sehr gut. Ja, jetzt müsste er dann eigentlich kommen. Schauen wir mal. Ja, doch, da hinten bei der Insel muss das sein. Wie man das Leben hier ankommen soll, keine Ahnung. Das habe ich noch nie geschafft. Da muss es irgendwie einen Glitch oder sowas geben. Auf meine Weise halt an Kanonenkugeln. Hier so nah ran wie möglich. Um gechillt ausweichen zu können. Ja, okay, jetzt kommt dann gleich der Edelstein. Ja, 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 ja. Nicht Edelstein, sondern der Kristall. Da ist er ja schon. Da sieht man schon. Gut. Da hätten wir das Prachtstück. So. Gut. Und wieder eine Checkbox. Richtig. Wenn man sich konzentriert ist, die Fail-Garantie natürlich deutlich geringer. Wenn man hier jetzt sieht. Noch mal ein weißer Haier und der komische Anker-Typ. Wow. Wow. Okay. Gut, jetzt haben wir das Gelegschaft. So. Gut. Level Nummer 1 mit Koro bestanden. Gut. Dann kommen wir nun zu einer Erneuerung. Also zu einem ganz neuen Level. Oder? Ne, das hebe ich auch nicht noch auf. Was ist das hier? Das hebe ich mir für den nächsten Tag auf. Eine kleine Woche schon. Sag mal, als kleinen Tipp so viel Crash in der Lüfte. Also ich glaube da hinten war irgendwas, oder? Ja, so gut ist mein Gedächtnis noch. Ja. Die haben uns auch noch schnell. Gut. Hm. Gut. Schauen wir mal, ob es hier schon die Special-Welt ist. Mit der... Mit der... Wo man den anderen Edelstein holen kann. So. Müsst ihr jetzt mal nachschauen. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Oh. Ja. Lol. That's not cool. That's uncool. So. Machen wir es nochmal. So, passt. Geh weg, du Affe. Fuck. Mist. Zwei Leben verschwindet. Ich war zu nah dran. Was ist ne Abkürzung? Kann das sein? Ne. Ich schau lieber mal kurz hinter was da war. Schau mir mal, was wir hier alles verpasst haben. Woow. Ohohohoho. Das war knapp. Darf ich uns schon runde Fliegen sehen ey. Ah, Akku, Akku. Sehr gut. Achtung. Na gut, zu lang ist die... Hä? Lol. Jetzt müssen wir dann eigentlich wieder am Anfang sein, oder? Ja ok, gut. So. Also im Übrigen gibt es hier zwei gleich, zwei Erneuerungen in dieser Build. Zwei neue Level, die es vorher noch nicht gab. Die heben uns aber für den nächsten Part auf, da mache ich dann auch beide versprochen. Achtung. So. Die ist ein bisschen länger, die Level. Take this. Lol. Der hat sogar noch eine Kiste zerstört. Nice. Achtung. Die Dinger kennen wir ja schon. Achtung. Aufpassen. Austeilen. Achten. Das ist auch wieder lol. Das habe ich damals rausgefunden. Bam. So. Hier kommt jetzt dann das Feld, wo wir den einen durchsichtigen Edelstein holen können. Ah, schon wieder. Schade. Kann man doch nicht machen. Das ist dann wieder verdeckt. Weil da wird dann Edelstein abgebildet. Und auf diese Plattform müssen wir dann hochfahren. Das sind die jeweiligen Level. Wow. Take this. So. Vielleicht knappen wir noch die 50 Leben-Marke. Wenigstens. Heute. Ja. Bonus Level. Naja. Läuft uns eigentlich nicht viel. Deswegen brauchen wir es eigentlich nicht. Ja. Das können wir weglassen. Das brauchen wir nicht. Weil wir ohne das Special Level können wir den anderen Edelstein auch nicht holen. Weil da ja auch Kisten sind. Sonst werden sie ja keine 105 Kisten pro Level in diesem Level. Affe gibt übrigens immer Äpfel. Also Rumpafuck gibt es ja gesagt nicht Äpfel. Damals sagte ich auch immer, dass es ein Äpfel ist. Naja. Schlauch geben wir, du Geiz. Scheiße. Ich finde eigentlich schon, dass die Kiste bleibt mir zu schont. Ach komm ey. Also das Level gleich rum. Da bei den vielen Affen dahinten. Ich hab's nicht mehr mit den 50 Kisten gegeben. Mhm. Das sind in den paar. Ich nehme da weiter hin auf. Ah komm machen wir es. Ah ne. Wir haben es nicht. Das hebe ich mir auf. Wenn ich den Special Edelstein holen sollte. Ah komm machen wir es. Ach komm ey, das Teil bleibt eine halbe Stunde zu oder was? Wenn ich weiter so mache, sind wir sogar 140. Spaß. So, jetzt wieder ernst. Tschüss. So. Gut schon. Aufpassen. Jetzt. Wow, der war knapp. Tja, jetzt magst du dich noch immer. So. Gut Leute, das war es mit diesem Part. Ich hoffe, er hat euch wieder mal gefallen. Trotz den kleinen Fails. Aber naja. Im nächsten Part wird es wieder geiler. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tschau.